Es ist aber nicht so viel, dass man es wegführen könnte, aber... Über den Seiten fahre ich übrigens Runden. Okay. Ja, und dann... Ich glaube aber das sind die Bäume jetzt... Was ist das mit den Steinen? Funktioniert anscheinend nicht überall, vielleicht nur mit den großen Flächen. Ja, ihr schafft es, schafft es, schafft es. Aber ja... So 46,45, das ist halt das Flache, das würde ich wirklich für den Hof lassen. Kann man schon ausbreiten dann. Aber das ist ein Siegel. Bring die Windhaus auf unten, sich Eleven zu befinden. Was ist das denn? Vollıs Dann Uno. Dannаст dich, das Schaar SD und das Schakin. Da fällt 53, sind die Felsen auch noch da eigentlich. Das ist das, das wir schon hier haben. Genau, wir werden uns jetzt weiterentwickeln. Gut, irgendwann werden die Meilensteine nicht mehr so von Abend zu Abend sein. Nein, nein, aber das ist klar. Aber ich sage, jetzt haben wir schon richtig gute Meilensteine. Wir haben ein Tier, wir haben jetzt Feldwirtschaft. Das ist eigentlich so der Standortbeginn, kann man sagen, und jetzt aufbauen auf dem. Da kann man eigentlich die Bienchen machen. Da kann man eigentlich auch schon dann anplanen. Wenn sie das mit dem Budget oder so ausgehen. Die kostet ja nicht so viel, oder? 15.000 oder so. Dann würde ich die halt schon auch geplant hinsetzen. Verstehst du? Weil die bringen ja Bonus für Raps, glaube ich, oder? Verschiedene. Das sind nicht nur Raps, glaube ich. Gut, haben wir ja dabei keinen. Ja, aber wir halten da oben ein Feld. Dann kann man ja irgendwann statt Watzen dort das anbauen. Das mache ich. Gut, das ist ja nicht das einzige Feld. Ich würde wirklich schauen, dass wir sagen, okay, da machen wir vier Felder. Und dort irgendwo hin platzieren wir das dann. Gut, aber das wird dann noch bisschen dauern. Gut, theoretisch kann man ja noch einen zweiten hinsetzen. Ich glaube, Biene kann man mehr hinsetzen auf der Karte, oder? Kann man nicht nur einen Ladepunkt passen? Ja, die Ausgabestelle. Ja, aber den macht er dann nur in der Nähe von der Biene, oder? Nein, kannst du überall hinsetzen. Echt? Das macht dann von der ganzen Karte werden dort Honig gesammelt? Mhm. Aha. Ich weiß nicht, welcher Radius, aber ich habe es nicht gleich nebeneinander gehabt. Dass man die Biene nicht gleich nebeneinander setzen muss, weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass die dann alle den Honig produzieren. Die Ladefläche muss nicht daneben sein. Ich dachte, die Ladefläche muss in der Nähe sein, damit... Er zeigt dir den Radius an. Er zeigt dir den Radius an, wo du hinsetzen kannst. Okay. Okay. Aber es muss nicht unmittelbar nicht daneben sein. Okay, 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 okay. Meines Witzens. Beans. Was ist los in den Beans? Da werde ich ihm auch gleich die größten nehmen. Beans? 19.000. Und ich weiß jetzt nicht, gibt es da noch... Punkt, okay. Hm. Ihre Beans, die Beans. Ich weiß. Es gibt da die Honig-Paletten-Station. Auch den Mod zum Beispiel. Wo hast du das? Das Honig-Paletten... Ach so. Ja, 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 ja. Hab schon, hab schon. das habe ich nämlich gehabt dass das irgendwann sparen im hof platzieren ich weiß nicht ob du das eine wegnehmen kannst wenn müsste man müsste man gleich schauen dass man wir könnten ja die honig paletten station eigentlich auch zu die tiere geben dann irgendwie gehört das dazu wir müssen ja den honig von dort auch abholen weißt du aber es ist ein kleines feld was man irgendwann gebäude ist hat schon schick wenn ich dann würde ich sie auch bei die stelle und so hinbauen das ist wirklich ein buch es ist ja so wirst du den hof jetzt getrennt machen von den tieren ich dachte schon dass wir das so machen wir müssen schauen ob wir zu viel flächeln dann haben produktionen auch noch woanders hinbauen was schon wurde flache stellen noch sind ja stimmt man kann wir ist absolut kein thema man ja wir können natürlich dort wurde über die stelle sind das hinbauen aber ich weiß nicht ob man diese kleine links entfernen kann wenn man es einmal gebaut hat und vor allem der vorteil bei der großen ist bei dem häuschen ist man kann dort man kriegt dort mehr rein das heißt du musst du nicht da und die paletten wegschieben wird dort geht wirklich honig rein und erst wenn du sagst hinaus damit dann stellt er die paletten in meines wissens nach habe ich jetzt wenn absolut wir können tiere auch getrennt machen von unserem hof dann wenn oder wir machen die hier auf den einfeld und den hof auf den außen aus dem feld oder so irgendwie würde ich auch kein thema das heißt du hast du kannst wirklich stelle dort alle zentral hin und dann die gebäude alle woanders ich hätte halt ein bauernhof gebaut mit unserer gebäude lagerhallen und so und enthalten und dort hättest du das honig häuschen hinstellen dort hätte ich nur das ohne kreis sondern so wie unser hof in frankreich quasi war stelle und alles von einem so und dann halt woanders kann man sie trotzdem dabei dorthin setzen oder habe auch nicht gesagt nicht weil die bienen sind dann nämlich auch sein produkt was so nebenbei ist ja und vor allem wir kannst du noch irgendwann eine produktion anbauen ja oder wir lassen jetzt in diesen durchgang die hühner und schauen wirklich dass wir mal in insolato so investieren so wie du gesagt hast und die dann im nächsten schritt erst machen was halt nur 9000 und die hühner weil das weiß dann hätten wir stimmt man da sind nicht so viel was ich glaube mittlerweile ist solar jetzt nicht mehr so effizient wäre am anfang glaube ich effizienter gewesen da haben wir wirklich noch viel vorgespult jetzt wenn wir nicht mehr so viel vorspulen aber das ist jetzt eine größere investition weil jetzt wir haben jetzt schon fünf jahre gespielt weißt du man und das hat sich jetzt dann in vier jahren schon rentiert naja stimmt jetzt fangen wir wieder über zehn jahre dann an da macht zum beispiel sind diese 100.000 in die bienen zu stecken ein stock kostet 19.000 das platten kostet 15 dass wenn du zwei stöcke borst sind das schon 60 orten würde ich jetzt erst einmal einbauen und den zweiten dann wenn wir mehr felder haben dann kann man wirklich schauen wo man hin platzieren den zweiten denn ein würde ich jetzt mal da bei dem feld platzieren was sie ich meine was wir was für blumen also das soll getreide dort sein muss ja genau ich meine raps ist auch noch mal geil für die ölproduktion zum beispiel raps weiß ich aber ich glaube es war jetzt gleich ein oder zwei andere wie gesagt eigentlich so ziel jetzt nicht aber karte können wir wirklich wenn jetzt korsby und alles funktioniert vollkommen ausleben solange wir es halt erwirtschaften können wird dann später halt ziemlich viel handeln was dann auch schwer ist da müssen wir uns dann halt auch überlegen also so haben wir gesagt 1 bis 10 aber es gibt hier kein feld 1 bis 10 muss man sagen 45 46 die felder oder so irgendwann würde ich sagen machen wir sowieso ganz große felder also wir machen zwar auch kleinere aber dass wir dann gleich ein feld machen zum anbauen was gleich über zwei oder drei von solchen feldern so groß willst du es machen da haben wir einen guten ertrag aber das ist halt wirklich riesig dann wenn wir zum beispiel sagen wir brauchen das zum beispiel für rapsölproduktion ja gut aber so viel haben wir dann gleich viel oder wir brauchen für die bäckerei da geht ja viel rein aber du aber rechner wie groß so ein feld ist das ist auch nicht ein feld ist schon eine ordentliche dings ist jetzt nur mal so eine idee ich weiß schon was du meinst aber was was zwei felder hier sind das ist ja wirklich ein riesending dann können wir auf jeden fall machen ja ich meine nicht dass wir jetzt sagen wir machen 10 solche riesendingerfelder weil du musst halt berechnen wenn wir es nicht selber pflanzen oder so dass es an einem abend oder an einem durchgang fertig werden muss wo ist das naja cursplay besetet sich ja an einem tag dann immer dann müsstest du einen neuen kurs immer einstellen ohne dass er das was er schon gemacht hat überfährt achso verstehst du was man achso ich weiß schon aber gut den kurs setzen kann man ja ich weiß was du meinst ja aber er setzt dann komplett das neue feld nochmal weil du musst ja das ganze feld nochmal generieren ja gut da muss man dann halt sagen abfahren von dort wo er war zum beispiel ja aber da musst du wirklich genau dieselbe kurssetzung haben ja stimmt gut da müsste man sich einigen dass man sagt weiß nicht kurse immer von links nach rechts oder so oder rauf runter 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 rauf ja ich meine nur du weißt was ich meine ist ja ja so ich werde heute eh nicht fertig ja gut das war aber eh klar das ist das was ich gesagt habe jetzt wird es halt langsamer gehen ja auch durch das ansehen und so weiter ja ich sage ja jetzt wird alles langsamer weil wir jetzt nicht mehr so auf ein Dings fokus nehmen ja was aber eh nicht so schlecht ist sage ich mal jetzt wird es auch abwechslungsreicher abwechslungsreicher wird es aber es wird halt eben wie du sagst auch von Meilenstein dann viel kürzer natürlich ja du Ballen hast schon war das resettet oder ich habe resettet ja 51 insgesamt also ich habe es jetzt nicht resettet gell ja ich habe ja schon resettet ja ich habe ja schon resettet 50 waren auch beim letzten mal ziemlich gut jetzt können wir ja auch nicht zu viele raus halt 100 0 und und ein das 5 und schon zum 55 zu einem getreidefeld der einfällt sich auch vollkommen an aber zweifel das hat man schon riesen ding und der fläche jetzt ja einmal an haben wir schon mal an ich meine wenn der hype da ist und alles können wir die woche von mir aus noch verzichten aber wann beginnen wir dann der hype wird nicht abfallen ja ich sag es mal also das ist ja traurig darüber es ist halt auch es sind halt auch nicht so weit wo man sagen kann okay man kann schon zwischendurch spielen weil dann steht wirklich irgendwann mal aneinander haben wir noch zu wenig sachen zu machen ich meine zum beispiel da die fertig mähen könnte man mal noch einen abend oder so also nicht mehr sondern pressen machen ja pressen aber trotzdem gut dann steht aber ja ich dachte da steht dann aber steht dann eh keiner eigentlich ja aber dann es geht ja dann wenn wir dann wieder zu zweit sind ja einer steht nie ja das ist eh klar aber ja hätte ich beißen könnte einer dann machen wir das zu einem richtigen feld dann ist auch die frage ja und das ist dann auch ein abend projekt ja würde ich sagen da braucht man dann sicherlich noch ein ersatz selage fällt aber weiter weil sie mir doch sehr oft das angewiesen auf die einnahmen ja gut wir machen ja ein selage fällt ja ja aber dass wir dann noch ein feld dazu kaufen wo wir dann auch noch mal abnehmen weißt du das meine ich als ersatz für das was wir jetzt dann um das verstehe ich nicht wir schaffen ja schon nicht einmal ein feld jetzt kommen und dann haben wir zwei felder ja aber trotzdem ist das eine einnahmenquelle weg ja aber nur solange bis gewachsen ist ja hier aber während dessen bist du jetzt ein feld dazu kaufen und da wird es dort einmal das machen können ich habe ja auch die gleiche zeit vorspulen lassen bis gewachsen ist ja okay wie wir es uns auch gemacht haben ja was soll man jaja aber trotzdem ist das nicht der ertrag es geht ja um den ertrag um die kohle warum ist das nicht das ist ja dann mehr sogar nein wenn wir das sicher wenn wir da jetzt ein grasfeld machen das mehr gras abwirft haben wir mehr silage ja und das 54 komplett umwandeln haben wir ein komplettes silage feld was doppelt ertrag abwirft statt eineinhalb dann ist es noch immer gleich viel und ich wir müssen ja das 54 noch nicht erweitern hat das 55 wir brauchen aber nicht mehr weizen ja gut das ist ja nicht die einzige getreideart die wir anbauen werden oder aber dabei wir brauchen sonst nix gut ich denke wahrscheinlich schon soweit denkst du schon soweit ich rede ja ob wir gleich im nächsten durchgang jetzt gras anbauen ach so gut ja da müssen wir das feld wieder widmen zuerst und rede jetzt von dann was der plan nach dem pressen weil jetzt wenn jetzt einer zwischendurch presst oder wir beide pressen zwischendurch was machen wir dann am nächsten abend fangen wir dann an das feld um zu empfehlen also man lassen wir es noch mal wachsen und machen das selber was man dich ich meine ja mehr ertrag wäre natürlich schon reizvoll ich würde das 55er so lassen wie es ist einmal und würde wirklich nur das 54er komplett auf gras machen da haben wir einen fix das silage stellen das lassen wir für immer gut aber da werde ich dann im zuge dessen auch gleich das 55er komplett als getreidefeld machen wir bräuchten nicht so viel getraten dann faltet nämlich ertrag weg wieder wenn man das wenn wir das dann umgewandelt haben in gras wird das eine dann nicht dann haben wir dann eh wieder mehr schon wenn wir das andere wieder als weizen wo wir eigentlich aber auch silage ball machen könnten so viel ist ja das nicht mehr glaube ich dessen viertel fällt noch ja man kann es auch so machen dass wir das dann gar nicht machen manchmal von mir ist das 54er ist gras fällt und dann schauen wir weiter mit dem anderen müssen wir sowieso dann warten bis wachsen ist wenn wir geerntet haben wenn ja das recht da fällt dann eher zuerst einmal ein bisschen was aus auch an kohle dann wenn wir das umwidmen ja weil dann wachsen ist deutlich weniger wert als oder es ist ja jetzt nichts gewachsen aber es ist kein gras gewachsen das heißt wenn wir drüber gruben übersehen dann haben wir vielleicht einen tag weniger wachstumphase aber es ist noch immer nichts gewachsen dass man dich ja dass es wird noch immer nicht wehtun also wenn wir was beim nächsten mal wieder die hälfte machen und dann fangen wir mittendrunter an so wie wir es quasi jetzt beim anderen feld gemacht haben wir haben drüber gemäht vor aber umständlich alles wenn jetzt schon alles weg ist und dann deswegen fällt ja nichts weg eigentlich weil jetzt habe ich dich ja wachsen musst du oder so ja aber halt dann bisschen länger das wird das alles und währenddessen haben wir noch die anderen zwei also das eine viertel und das bei der stelle gut das wird auch nicht so schnell gewachsen sind aber ja es wird dann wahrscheinlich schon fast fertig sein ja ja könntest du natürlich jetzt rechts haben das ist auch nur wie gesagt ne idee wir kann auch noch weiterhin hier so normal mähen und ersparen uns aber das zum feld machen irgendwann wäre es sinnvoll wenn uns der ertrag und kohle durch die lappen geht aber es muss ja nicht sofort sein aber eben sagen gehen wir sparen jetzt wirklich noch ein bisschen kohle können uns aber jetzt sagt hühner bienen traktor traktor ja traktor wird sowieso aber traktor wird sich in dem durchgang nicht ausgehen dann wäre dann ein eigener kompletter durchgang wenn ich sogar zwei dann werden wir wahrscheinlich gleich einen großen traktor anschaffen mittleren würde ich groß weiß ich jetzt nicht ob wir unbedingt schon brauchen groß ist wieder da müssen wir schon ein bisschen jetzt groß aber anfangen groß an ab 300.000 groß hätte ich jetzt vielleicht noch nicht ja dann stärker ein mittel traktor gesagt ok ich meine wie du willst wir können auch dann gleich auf den großen gehen aber wir können auch gleich mittel wie gesagt vielleicht denke ich zu schnell äh oder will ich zu viel zu schnell weißt wie kann was kann man da ja noch drüber fahren jetzt kommt bald nimmer bald nimmer bald nimmer wahrscheinlich wieder zwei düngemaschine brauchen wir auch noch ja aber das ist jetzt nicht so das unbedingt der muss wasser man ok wie gesagt wir können über alles reden aber ich finde das ist jetzt nicht so diese das brauchen wir natürlich ist weniger trag aber dabei spielt es noch keine rolle ja ich weiß nicht wie gesagt die fräse brauchen wir wichtiger zum beispiel stimmt wie gesagt wir können über alles reden das sicher ja desto weiter willkommen damit die meinstände desto wir haben 200 bieten uns dann irgendetwas zu kaufen was bedenken was bedenkt was bedenkt was bedenkt was bedenkt ich fahr jetzt noch einmal nach vor ich fahr dann kurz zu die Daffi mit Ziggis mit 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 thế mit mit with mit mit what was ich vielleicht auch glaubt, da eine bomb da ist genau noch drin, oder ist die noch drinnen? Was kann jetzt mit dem spawnen zu tun haben, von nichts produzieren? Aber das ist da gar nichts produziert wieder da. Ja, vielleicht wirklich, weil sie Milch produzieren. Ja, aber was brauchen sie noch, weißt du? Ja, Nachwuchs. Ohne Nachwuchs gibt es keine Milch. Was soll man? Ja, das nächste Mal könnte ich da weitermachen mit dem Ballenpressen. Dass man dann die Gewächsäuse hinstellen kann. Na gut, das ist sehr wurscht. War am Anfang. Weg muss ich alles. Ja, das schon. Gold, 16.000. Da frage ich mich auch, da gibt es auch irgendwas mit Bergbau, wo man das da machen soll. Wo man das einfach in den Boden rein gibt, oder? Was dann? Na, wenn du Bergbau, kannst du auch Bergbau betreiben. Was, was machst du, was man machen muss? Und da, wo man da einfach bei irgendeinem Feld einfach... Das ist eine, Dings in Bonn. Da brauchst du eine Fabrik, oder? Nur für Bohrungen? Ich weiß ja nicht, wo du das mit dem Bohren... Wo ist das mit dem Bohren? Aber wo ist das mit dem Bohren? Da gibt es eine Goldproduktion, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja gut, aber da wirst du Steine ran, und die werden das wahrscheinlich durch. Okay. Okay. Das ist nicht so bohren, oder so. Weiß ich jetzt nicht, wo ich das kann, ob irgendwo habe ich das gesehen. Goldproduktion. Braucht Steine, Methan, Wasser. Ah ja. Gut. Aber bei uns... Nicht mehr. Warum nicht mehr? Und die Sterne ja mitgenommen, weggenommen haben. Und die Sterne kriegst du durchs Feld. Achso. Wieso ist das noch nicht möglich? Ja, wir können es auch anstellen. Aber sagst du, dass ich will deine Arbeit. Ja, stimmt. Oh ja, da gibt es ein Bergwerk, aber das ist von der Platinum. Ich glaube, das nimmt hier keine Güter an. Ah, okay. Also die mittleren Traktoren sind auch ganz schön teuer, schon die guten. Wenn man sich wirklich ein Monster kaufen hat. Ich weiß, ich hätte sowas wie Klaas oder sowas gedacht. Klaas fällt. Dürfen. New Holland kostet 227.000, der hat 273 bis 313 PS. Glas zum Beispiel? Hab ich auch mal gehabt. 185. Der hat 205 bis 295 PS. Nur wüsste ich, den musst du mal aufpimpen. Bei dem, ein Glas, den wir gehabt haben, das war auch bei der Großtaktoren, glaube ich. Der fette. War schon ein Glas. Ich glaube schon. Müssen wir mal schauen, was der Unterschied ist. Den zum Beispiel. Mal auch immer vergleichen. Weil wenn das upgrade dann, weißt du, nur 40.000 billiger ist. Dann kann man gleich den normalen und den kann man dann auch nochmal upgraden. Ja. 230.000 kostet der komplett abgetradet. Und 300 PS also 280. Der kostet 355.355 bis 445 PS. Der große. Schon aufgepimpt oder ohne aufgepimpt? Warte mal. Warte mal. 390 aufgepimpt. Und ohne? Bitte? Und ohne? 355. Das ist halt der große. Axion. Aber es sind halt 120.000 mehr. Wie viel hast du gesagt, hat der? Für... Wie viel hast du gesagt, hat der? Ach, jetzt bin ich wieder rausgegangen. War der da. 355 bis 495 PS. Das waren halt 60 PS mehr. Aber um 120.000. Kann man gleich die mittleren aufgepimpten nehmen. Ja. 230. Ich glaube, das ist eh dann schon... Es gibt einen Valtra. 210 bis 271 PS. Irgendwann brauchen wir, aber wir brauchen jetzt nicht so das ultimative Zug fährt. Aber der Glas Axion, der war schon nice. Und der mittlere. Ja, der mittlere sei ja. Glas hätte ich auch jetzt so. Oder man nimmt... Aber wir haben bis jetzt nichts mehr, was 250 PS... Oder wir nehmen den Mastiff Ferguson dazu. Stattdessen. Der hat um 10 PS mehr aufgepimpt. Und kostet nur 7.000 mehr. Ja. Haben wir eigentlich auch noch nie gehabt. Ja. Aber es ist nicht so, die Marken haben wir ja... Glas und so haben wir ja eh immer schon alle gehabt. Bitte? Ist das auch eine schöne Marke? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja, aber können wir auch die nehmen, ja. Wie gesagt, ich glaube, weil wir wirklich die ganze Karte irgendwann bewirtschaften, dann werden wir uns eh noch die 20 Traktoren kaufen. Wahrscheinlich. Ja. Aber ja, sowas hätte ich nämlich... Ich hätte nämlich auch gesehen, sowas. Glas, Pursing... Vielleicht noch... Dolz, weiß ich gerade nicht. Dolz, glaube ich. Theoretisch, bei der Karte können wir alles ausprobieren. Na gut, Loper. Aber... Was ich... Geld ausgegeben ist, dann... Dann haben wir ein bisschen nichts. Ich meine... Ganz deppert, man könnte sich ja eigentlich auch einen LKW kaufen mit 500 PS. Und man kann ja da genauso, glaube ich, mit der Anhängerkupplung was dran spannen. Der Anhänger. Aber das bringt ja nichts. Ja, aber auch wenn du irgendwas ziehen musst oder so und machen musst, oder? Nein, weil er ja keine Drehzolle und so hat. Achso. Also kannst du nicht nur Sehmaschinen anhängen, dann... Okay. Achso, du hast so einen LKW gesehen schon mal, der das kann. An der Unimog war zum Beispiel auch irgendwann Lament oder so, dieser Milch-Faktor, der was mal im Angebot war. Ja. Was er Milch transportieren kann, weiß ich jetzt nicht. Blizzard. Und Unimog sowieso geil. Der ist auch geil, ja. Der ist auch geil, ja. Den habe ich für die Hühner genommen, von der letzten Karte. Ja, ich Ingo, das möchte ich auch. Ihn. Das stimmt. Bam. Was ist das? So fett ist das? Boah, hoho. So wohl, wo rad leider um 304000. Weißt du, was ist das so schön. Ux so. Das ist so schön. Das ist so schön. Entschuldigung, mach es gut. Ich habe zehnmal für das, was das ist. Wie hart. Und das ist wirklich nicht.